Ja, schön, dass du eingeschaltet hast zur ersten Adventskalender-Botschaft. Stell dir vor, du willst jemanden kennenlernen, machst dich extra auf den Weg zu ihm und fragst ihn, wer er ist. Und er erzählt dir die ganze Zeit, wer er nicht ist. Genau das ist passiert vor 2000 Jahren, als Johannes der Täufer Aufsehen erregt hat in der ganzen jüdischen Landschaft und Leute zu ihm hingeschickt wurden, um genau das herauszukriegen. Wer bist du überhaupt? Was machst du hier? Warum tauchst du die ganzen Leute hier? Und da könnte man sich ja denken, warum ist der Johannes so unterwegs gewesen? Denn normalerweise, wenn wir gefragt werden, wer wir sind, dann fangen wir an, ins Laufen zu kommen und erzählen ohne Punkt und Komma, was wir alles so sind und was wir alles so machen und tun. Aber bei Johannes dem Täufer war das nicht der Fall. Und das lag daran, dass er einfach so ein Mindset hatte über sich selbst, was sehr, sehr schön ist. Nämlich, er hat einmal von sich gesagt, dass er sich sieht als die Stimme eines Rufenden in der Wüste, der den Weg des Herrn gerade macht. Also eine Stimme. Nicht ein Mensch, nur eine Stimme, die gehört wird, die nicht gesehen wird. Eine Stimme, die eine Botschaft transportiert. Eine Botschaft über eine andere Person, über Jesus Christus. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was hat denn Johannes der Täufer über Jesus gesagt? Es gab eine Situation kurz danach, da kommt Jesus, Johannes sieht ihn zu sich kommen und dann spricht er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was das meint. Du denkst noch an Osterlamm oder so, aber hier Lamm Gottes, Jesus und so. Und du musst aber wissen, vor 2000 Jahren, als das den Juden gesagt wurde, da wussten sie sehr wohl, was damit anzufangen, weil sie wussten von ihrer Geschichte in Ägypten, als sie gefangen genommen oder versklavt worden sind von den Ägyptern, dass das Lamm eine ganz entscheidende Rolle eingenommen hat, um aus Ägypten, aus der Sklaverei rauszukommen. Gott hatte Plagen über das Land geschickt, um Israel freizukriegen. Und die letzte Plage sah halt vor, dass ein Gerichtsengel durch das Land ziehen würde, um die Erstgeborenen im Haus, die Tiere und die Menschen zu töten. Und die Israeliten hatten den Auftrag bekommen, ein Lamm zu nehmen, dieses Lamm zu schlachten und von dem Blut des Lammes an den Türen, an den Türpfosten und an der Oberschwelle das Blut zu markieren. Einfach damit, wenn der Gerichtsengel durch das Land ging, wusste, okay, hier in diesem Haus, da ist schon Blut geflossen, da hat jemand schon sein Leben gelassen. Hier gehe ich vorbei und führe nicht das Gericht aus. Also sie wussten, okay, Lamm, gleich, da hat schon jemand den Tod erlitten. Und jetzt sagt Johannes, schaut euch diesen Jesus an. Der ist zwar noch nicht geschlachtet, aber es würde einmal passieren, dass er als das Lamm geopfert werden würde, um von Sünden zu reinigen, um Gericht abzuwenden, um den ewigen Tod zu verhindern. Das wollte er mit dieser Botschaft deutlich machen. Jetzt denkst du vielleicht, okay, was hat das mit mir und was hat das mit uns als Gesellschaft und auch in der heutigen Zeit zu tun? Das war vor 2000 Jahren, das war in Israel, wir sind hier in Europa. So what? Und von Gericht, und so ist er erst recht, nicht in der Weihnachtszeit zu sprechen. Ich möchte einfach sagen, doch, wir müssen über diese Sachen sprechen, weil sie mit uns ganz persönlich in der heutigen Zeit zu tun haben, mit uns als Welt. Ja, Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, das muss passieren. Die Sünde in dieser Welt, die Rebellion gegenüber Gott, die ganzen Zielverfehlungen, das Verwerfen der moralischen Standards Gottes, das hat uns in einen Gerichtsmodus vor Gott gebracht. Und nur Jesus, das Lamm Gottes, kann das beseitigen. Und das ist jetzt düster für dich und klingt vielleicht jetzt nicht so attraktiv, die nächsten Botschaften zu schauen, aber wir möchten dir einfach sagen, schau dir diesen Jesus in den nächsten Botschaften an und verstehe, warum es so nötig ist, dass wir Veränderung brauchen, um das wegzukriegen, was das größte Problem für uns Menschen auch heute in dieser Zeit noch ist. Und dazu segne Gott auch die nächsten Botschaften. Bis bald. Bis bald.